Und falls jetzt nicht nur irgendwer spontan eine Idee hat für noch einen Lightning Talk, dann... Ah, na, da, wie gewusst. Nur ganz kurz, in Linz gibt es auch Linux-Tage, am 13. Mai und wenn wir schon dabei sind, am 12. Mai ist der Open Commons Kongress zum Thema Jugend und Netz. Also in den Kalender schreiben bitte.